Boah, Jonas wird so seinen Zug verpassen, ne? Ich muss zum Zug! So, wer sitzt denn der? So, wer ist das? So, wer ist das? Hey, Hans! Hi! Hey, Hans! Oh, ey, was weiß ich, ey? Männlich! Nein! Was macht der? Andere Drehverschrift. Wollen wir uns drehen? Okay, das glaube ich reichnet mal, oder?